Der Erklärbär Nummer 18 Energiewende Die Energiewende ist der Prozess, bei dem Deutschland seine Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen will. Erneuerbare Energien sind Energiequellen, die nicht aufgebraucht werden, wie zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie oder Wasserenergie. Im Moment hängt Deutschland noch sehr stark von fossilen Brennstoffen ab, wie Öl, Gas und Kohle, um Strom und Wärme zu produzieren. Diese Brennstoffe werden irgendwann aufgebraucht sein. Außerdem belasten sie die Umwelt, weil sie bei der Verbrennung viel CO2 ausstoßen. Die Energiewende soll dafür sorgen, dass Deutschland in Zukunft mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien produziert. Dazu gibt es viele Maßnahmen. Den Ausbau von Solar- und Windenergieanlagen Die Förderung von Bioenergie Oder die Modernisierung von Gebäuden, damit sie weniger Energie verbrauchen. Die Energiewende ist wichtig, weil sie dazu beitragen kann, den CO2-Ausstoß zu verringern und die Umwelt zu schützen. Sie ist auch wichtig, um die Energieversorgung in Deutschland sicher und zuverlässig zu gestalten. Ich wünsche weiterhin viel Freude mit den täglichen Videos unseres Erklärbären. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren Und gib uns bitte ein Like.